So, vor der Pokémon-Liga zittern sie alle. Die Frage ist jedoch, ob vor Angst oder in freudiger Erwartung. Beides. Lass mal sehen hier. Oh, die Musik. Rote 10. Oh ja, voll gut. Oh, voll schön. Quatsch. Okay. Nee, du meintest ja, du warst ja eh voll kaputt und so. Von der Arbeit und so. Es ist ein Hutsasser oder so ein Schmarrn. Oder ein Tamping-Yong. Okay. Haben wir immer noch nicht. Lass mal fangen. Brokkoli gegen Pilz. Auch irgendwie lustig. Oh, fangen ist so eine Sache, ne? Ich glaube, ich bin zu stark mal wieder. Nein, ich habe doch Flottbälle! Fuck. Ach, scheiße. Kann man die eigentlich shiny handen? Wenn die so als Overworld-Sprite-Schmarrn dastehen. Kann man die in der Form shiny handen? Weiß das wer? Ein Hyperheiler. Alles klar. Und das ist wieder ein Poki. Das sehe ich doch jetzt schon. Oh, oh, äh. Karadonis. Aha. So lustig. Wie das einfach aus wie so ein... Wie so ein Karate-Kämpfer oder so. Das ist so funny. Okay, Bälle. Ich habe doch hier Flottbälle. Los geht's. Oh, das war ein Sonderwurf. Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Das heißt, es wird instant gefangen. Ah, oder auch... Wow! Wow! Oh mein Gott. Ich glaube, ich hatte gerade eine super seltene Wahrscheinlichkeit, dass es ausbricht. Willst du mich verarschen? Es war der Superwurf, wo es eigentlich instant gefangen wird. Und es ist ausgebrochen. Und das auch noch in dem Flottball. Oh mein Gott. Ich glaube, das war gerade der größte Pechfaktor, den man haben kann. Oh meine Fresse. Was war das denn? Ohohoho. Das war ja richtig, Assi. Ohohoho. Sonderwurf ist immer, wenn der Ball kurz voll aufleuchtet. Man hört es schon am Geräusch. Man hört es schon am Wurf. Und das ist ja gerade aufgeleuchtet auch. Man hört es schon am Wurf. Es wäre es gewesen. Es war ein Sonderwurf. Der Punkt... Das hat ja dann sogar auch kurz aufgeleuchtet. Eigentlich... Eigentlich hätte es gefangen werden sollen. Das war, glaube ich, gerade wirklich die unwahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit, dass es dann nochmal auspicht. Und das ist auch noch ein Flottball. Das war krass. Weil so... ist der normale Wurf-Sound. Ich hätte nicht erwartet, dass es überlebt. Oh, das war scheiße. Das war jetzt so scheiße. Dann wurde dieser Sonderwurf aber hier eingeführt, ne? Karate-Pokémon. Am Fuß vom Bergen, wo Karadolis trainiert, ertönt das Echo von Fäusten, die gegen Felsen und Bäume schlagen. Cool. Ist wirklich ein Karate-Pokey. Ist so lustig. Ich weiß... Aber man... Das heißt, glaube ich, nicht Sonderwurf. Nein. Das heißt irgendwie anders. Das hat einen Namen. Ach, scheiße. Langer Wurf? Einfach langer Wurf? Nein. Das heißt nicht... Ne. Wie hieß das? Scheiße. Keiner weiß es. Auf jeden Fall war das von einer. Das weiß ich. Das ist so. Ganz safe. Scheiße, Mann. Ja, irgendwie ein Spitzname oder so. Achso, genau. Hier, Lucky hat diese Plätze geschrieben. Das sind ja das 5-beste, 4-unterhalb habe ich vergessen. Platz 2 ist... Wer? Was? Ey, Turo, wer soll das denn sein? Platz 2, Lippo... Was? Ach, das ist wieder Englisch. Ach, Karmesin-Purpo, oder? Ach, die AI. Achso, meine Fresse. Platz 1 anscheinend mit Abstand. Ey, ey. Sada Skull Professor. Mann, schreib's doch auf Deutsch. Okay, krass. Wirklich, Platz 1. Die AI aus... Karmesin-Purpo. Das ist ja... Also quasi aus... Karmesin. Krass. Das wäre faszinierend. Ja, echt. So, immer wenn die Gegner den Morgang einsetzen, kann ich nicht anders als... Morgang zu sagen. Jetzt sind hier nicht Platz. Das hat mich beide beiden nicht überrascht. Ne, mich überrascht das jetzt auch nicht. Gut. Scheinbar kein Spitzname. Da ist es wieder. Versuchen wir es jetzt nochmal mit einem Flockball. Schau, da ist auch wieder das normale Geräusch. Das war vorhin so ein Special Move. Jetzt klappt's. Ich habe irgendwie mit Red auf Platz 1... Nein, nein. Nein, was? Das hätte mich jetzt überrascht. Nein, Rot ist gar nicht so mächtig. Nur weil seine Pokis auf Level 80 sind und er so ein Schmarrn ist, das ist nicht der mächtigste Trainer. Auf jeden Fall nicht. Fällt ein Trainer auf sein Äußeres herein, das komischerweise an dem Pokéball ähnelt, besprüht es ihn mit Giftsporen. Okay. Hier, vielleicht ein Spitzname? Among Us... Oh nein. Okay. Das war irgendwie klar. Among Us. Warum? Mit Ausrufezeichen oder was? Egal, ob mit oder ohne. Okay. Ich mach mal... Ohne. Ich mach mal ohne. Viel Spaß im Lack-Glubberchen. So. Was geht hier ab? Du willst natürlich kämpfen, ist klar. Habe ich eigentlich meine Pokis geheilt? Der Lebensweg eines Pokémon-Trainers ist ein endloser Leerpfad. Aha. Nur eines Pokémon-Trainers, oder wie? Also von den Menschen allgemein nicht, oder wie? Okay. Wie kifft der Iro-Käse? Was ist das? Joa, weiß nicht. Dampfwalze oder so. Oh Gott. Turm-Käse. Oh. Oh, das wird Zwiebeln. Oh, ich hab überlebt. What the fuck? Das sieht ja super lustig aus. Hey, Moment mal. Die Dampfwalze-Sack hat anders aus. Hä? Okay. Hä? Hm. Hm. Okay. Stärke. Nicht schon wieder Turm-Kick, Mann. Schwuppdiwupp. Linfu. Pokémon wechseln. Mein Akku ist fast leer. Naja. Aber wir haben ja auch schon wieder hier zwei Ständchen auf dem Tacho. Bald 18 Uhr. Geht nicht mehr so lang heute. Wir haben ja sogar noch zwei Tage Pokémon. Schwarz. Direkt morgen und am Donnerstag nochmal. Und ich wollte es sogar eigentlich auch die Woche durchspielen. Dementsprechend wollte ich mir auch natürlich noch die Tage nutzen, um meine Pokémon nochmal so richtig ordentlich auf irgendwas hochzuhilfen. 60, 70, 80, irgend so'n Scheiß. Für die Liga dann. Und wir ganz geschmeidig durchkommen dann. Dann am Ende wollte ich eigentlich auf jeden Fall Ter-Tera-T-T-T-Fuck. Terakium. Glaub ich. Und Kyrum fangen. Die beiden wollte ich auf jeden Fall fangen. Voltelos, Borios und Demeteros hatte ich eigentlich kein Interesse. Ja. Ja. Genau. Eigentlich wollte ich die Liga machen. Eben Terakium und Kyrum. Und dann wollte ich es eigentlich beenden als Let's Play. So war es gedacht. Hier ist gar nichts. What the fuck. Das ist ja super dumm. Oh, frech. Hier war was. Aha. Okay. Krass. Hier ist echt noch eine ganze Route. Das wusste ich nicht mehr. Ich musste mich mit meinen Pokémon schon in vielen erbitterten Kämpfen bewähren. Dass ich verliere, ist einfach undenkbar. Das ist nicht die Siegestraße, gell? Die kommt eigentlich noch, ne? Hier war die sowieso ganz anders als jemals. Ich glaube Route 10 ist beinahe schon eine. In der Siegestraße selbst war, glaube ich... Ich glaube da war gar nichts los. Es war keine Labyrinthöhle mehr, ne? Boah, es ist so lange her. Ich glaube es war irgendwie so ganz komisch linear. Man war ganz schnell durch und bei der Liga dann... Das war so ganz komisch irgendwie. Hm. Oh oh. Okay. Okay. Drachenklaue. Drache erwache. American Dragon. Das war irgendwie eine coole Serie. Weiß nicht. Zapler leck. Ja, Zapler leck mich doch am Zykli. Das ist ein Elektro-Poken. Oh scheiße, mein Brokkoli ist kaputt. Das klingt so lustig. Ja, dann Serapendra, oder? Das haben wir hier eine Weile nicht mehr gesehen. Schau mal raus die Geschichte hier. Ach stimmt. Das war es aber sowieso grundsätzlich noch nicht. Da kommt ja noch ein großes Story-Detail-Gedöns, ne? Da passiert ja eigentlich noch was Großes. Hm. Da war ja noch was. Hydragil. Äh. Das war dieses Vieh, was aus Schnutthelm wird. Genau. Boah, gab es nicht irgendein Pokémon? Das sich richtig komisch entwickelt hat. Da musste man, glaube ich, den DS zuklappen oder so ein Schmarrn, ne? Das ist irgendwas komisches, gab es hier. Okay. Aber es ist hier voll die schöne Route eigentlich. Schaut euch das mal an. DS umdrehen. Ach, so rum. Stimmt. Ah, Iskala. Ah, ja. Voll verrückt auch. Ich bin der beste Trainer in dieser Gegend. Kannst du das mit mir aufnehmen? Voll verrückt. Den DS auf den Kopf, ne? Wie erkennt es das eigentlich? Das ist so verrückt. Ja, ja. Oh, Machakamba. Aber gab es nicht... Oder verwechsel ich das jetzt einfach mal mit Zelda Phantom Hourglass? Gab es wirklich nicht ein Pokémon, wo man den DS auch zuklappen musste? Hm. Weswegen du bei der Switch zwanghaft die Switch aus dem Dock nehmen musst für... Ist ja super lustig. Ach, selbst heute ist es noch so. Dann musst du die Switch umdrehen. Ist ja mega geil. Voll gut. Hä? Einfach Fernseher auf den Kopf drehen? Hä? Wie jetzt? Oh, Mammolida war dieses Wasservieh. So. Wo ich immer noch nicht verstehe, warum es nicht die Weiterentwicklung von Libiskus ist. Aber es hatten wir schon mal das Thema. So. Oh, krass. Was bist du für ein KP-Tank? Frigometri. Das ist hier wieder ein Eis-Pokey. Da kommt nochmal Victini raus. Ich glaube, ich bin gegen alles gewappnet jetzt hier so langsam. Die Victini hat jetzt auch sehr mächtige Attacken insgesamt so. Außer Nitro-Ladung. Das ist recht seicht, aber es erhöht meine Initiative von dir mehr. Bei Pokémon mit schwarz-weißen den Neustart machen wollte. Deswegen findest du ja auch kaum bis gar keinen alten Pokémon. Ja, ja, schon klar. Das ist schon klar. Aber, also halt, ich glaube, erst nach der Liga kommen ja dann die alten rein. Aber dennoch ergibt es halt keinen Sinn, warum man Mammolida trotzdem nicht als Entwicklung gemacht hat. Du kannst ja trotzdem auch sagen, ja, du triffst es jetzt. Ja, und das ist aber halt trotzdem eine Entwicklung. So, das hat man ja ähnlich gemacht mit Pantimimi, Pantimos. Du triffst ja trotzdem Pantimos wild. Aber durch Zucht kriegst du halt Pantimimi und so einen Schmarrn. Man hätte es ja trotzdem irgendwie machen können, weißt? Das ergibt keinen Sinn. Vom Design ist es absolut eine Weiterentwicklung von Libiskus. Das hätte man ja irgendwie trotzdem machen können. Das ergibt keinen Sinn, dass Mammolida so alleinstehend ist. Auch wenn schwarz und weiß quasi so als Reboot gedacht ist. Ja, leck mich doch am Arsch. Natürlich werde ich wieder aufgehalten. Klar.